Nein, das ist ja schon echt geil. Das ist ja schon echt geil. Das ist Brando. Ich kann nicht den Autos einfach durchführen gehen. Es ist wieder mal so weit für ein Spiel, das eine Stadt in zwei teilt. Ein Spiel, das Emotionen hochkochen lässt. Ein Spiel, das zwei Kurven brennen lässt. Ein Spiel, das bestimmt, wer das grösste Team der grössten Stadt der Schweiz ist. Ein Spiel zwischen den Grashoppers und dem FC Zürich. Es ist Zeit für das Zürcher Derby. Wir sind hier mit einem GC-Fan. Was erwartest du heute vom Spiel? 2-0 GC. 2-1. Du? 4-2. 3-1 für FCZ. Okay, und du? Ich denke, 2-1. Ja, ich sage auch 2-1. Und was erwartest du von den Kurven? Wer wird bessere Stimmung machen? Schon geht's. Okay. Ja, logisch. Ich erwarte ein riesiges Spiel, riesige Krawall. Also ich denke, es passiert vielleicht auch etwas. Aber ich hoffe trotzdem auf ein gutes Spiel und dass die Kurve richtig durchdreht. Wir konnten ein paar Stimmen von den Fans einholen. Die Zeitkurve hatte auch schon ihren Mars zum Stadion. Es steht also nichts mehr im Weg für ein richtig geiles Derby. Ich bin heute mega aufgeregt. Hoffentlich wird es ein cooles Spiel. Ich bin mir sicher, es wird ein cooles Spiel. Übrigens, was ich noch erwähnen muss. Ich bin jetzt etwa seit 2 Stunden am letzten Rund rumlaufen. Ich habe Leute gefragt, ob sie das Interview machen wollen. Zum Glück haben wir ein paar gefunden. Aber ich bin noch nie so oft abgelehnt worden, wie hier vor dem letzten Rund. Und ich glaube, das zeigt einfach wieder einmal, wie fest die Leute wollen einfach ihr Gesicht nicht auf die Kamera zeigen. So hoch sind die Spannungen zwischen den beiden Teams. Und nicht nur auf der Tribüne wird das Spiel richtig geil werden, sondern auch auf dem Spielfeld. Es schadet richtig viel auf dem Spiel. Auf einer Seite geht es ihr. Wenn sie noch in die Playoffs wollen, dann sollten sie endlich anfangen mit zu gewinnen. Aber auch für den FCZ. Nach einem guten Saisonstart. Die Stimmung ist schon richtig heiss. Ich kann es kaum erwarten, da rein zu gehen. Jedenfalls nach einem guten Start des FCZ. Ist es leider in den letzten paar Spielen noch nicht mehr so gut gelaufen. Und jetzt muss wieder einmal ein Sieg her. Es geht schliesslich um Europa. Es geht um Champions League, Europa League. Und natürlich als Zürich-Fan will man das weil wir hier 100% dabei sind. Einfach nur geil. Gehört ihr schon die Stimmung da rein? Es bleibt gerade noch Zeit für ein kleines Essen vor dem Spiel. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Typ für Stadionessen. Aber ich gönne mir jetzt mal den Letzi Burger. Es sieht gut aus, aber in all diesen Jahren, die ich schon in Letzi bekomme, ich glaube ich habe den einmal erst gegessen. Aber ja, probieren wir mal. Ist gut. Wir sind im Stadion und die Zeitkurve ist voll wie immer. Und die GC-Kurve ist voller wie auch schon. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, es ist weniger als ich erwartet habe. Also Zuschauer zahlen. Ich meine, schau mal da. Alles leer. Für ein Derby ist schon ein bisschen schwach. Was ich auch geil finde, das muss ich sagen, ist der Hopper da. Die GC-Aufstellung ist gerade am Lauf und die Stimmung ist schon Bombe. Ich weiss nicht, ob wir es stören, aber die Geisteskraft. Wo sind Sie noch mit? Winter Nummer 9! Branden! Hartstuhl! Meter Nummer 15! Ajo! 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 Junge, was für eine Hymne! Und das ist die Antwort der Südkirche. Schaut euch das mal an. Die ganze Kurve am Pumpen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Hymne nicht einmal so schlecht. Sie werden es auch komplett am Durchdrehen. Und viele kommen rein. Und die Südkirche mit ihrer Hymne. Oh, geil! Das sieht richtig geil aus. Oh, und raucht da überall. Oh, la, la! Oh, la, la, la! Oh, la, 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 la! Alles voller blau herauf. Das sieht richtig geil aus. Es ist spannend, dass es auf der Seite der Kurve zündet. Los gehts! Und jetzt sind die Hopper am Zünden mit dem Feuerwerk. In der Farbe von Zürich sieht es geil aus. Jetzt der erste Angriff vom FCZ. Jetzt kommt Zürich mit dem Konter. Gute Chance. Ich habe das Gefühl, Zürich ist besser in der Startphase. Jetzt geht es einem gefährlichen Konter. Ui! Ganz gefährlich. Ganz eine gefährliche Aktion. Da muss der FCZ aufpassen, dass er nicht in die Konter läuft. Die Ruhe hätte und die Schande sind. Die Ruhe hätte ich unter uns. Nochmals ein Message gegen die Repression von beiden Kurven. Das ist eine gute Mietersche. Treffer ist schon klar. So wieder ein Angriff vom FCZ. Werlich, oh, Traumgeall! Traumgeall, FCZ! Und die Südkupen komplett am eskalieren. Schaut euch das mal an. Richtig geiles Goal hier. Verdient 1-0 für den FCZ. Und hier kommen die ersten Büros der Südkupen. Jetzt kommt sogar Feuerwerk aus der Südkupen. Einfach geil. Geile Bilder. Zürich mit dem nächsten gefährlichen Angriff, der erste Ecke kommt rein, komm, ui, ich glaube es nicht, die muss er machen, ui, ich kann mich nicht sehen, aber die muss er machen, was für eine Chance, was für eine Chance. Geht es, ich muss dringend besser spielen, wenn sie etwas aus dem Spiel holen wollen. Jetzt fängt es wieder zurück, es ist immer noch voll daß. Noch einmal der erste Set vor der Pause, cool gefährlich, ui, was für eine Chance, schon wieder. Gerade jetzt Pause. Ja, Halbzeit 1-0 für die FCZ, verdiente Führung würde ich sagen. Die FCZ war die bessere Mannschaft, aber gegen Ende der ersten Halbzeit wurde sie etwas ausgeglichen. Trotzdem denke ich, es wird eine richtig geile zweite Halbzeit werden, es wird um alles gehen jetzt für beide Teams. Auch die Stimmung natürlich auf der Tribüne richtig geil, wie immer. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, wo die zweite Halbzeit anfängt, wo es dunkler wird, es wird noch einmal eskalieren. Es wird noch einmal sicher richtig fette Pyro-Shows geben auf beiden Seiten. Ich bin gespannt, wir werden es sehen. Und die Spieler sind wieder am reinkommen für die zweite Halbzeit. Und wie erwartet, geht es mit einer fette Pyro-Shows. Wie geht es mit einer fette Pyro-Shows. 200! Und warte für eine Spür. richtig geil ist das. Geil! Wir präsentieren das Abbrechen von Elektro-Polik für morgen. Wir haben das Abbrechen von Büros. Das ist Roten. Sie gefällt damit unbeteiligte Personen und die Partner auf dem Spielfeld. Hören Sie sofort damit aus. Wir finden uns ein faires, unfriendliches Spiel. Vielen Dank. Wir haben das Abbrechen. Was wollen wir hier noch sagen? Chapeau an die GC-Fans. Jetzt gibt die GC noch einmal eine Chance. Alter Mann. Die GC hat es viel besser aus der 2.50 Schaden. Sie haben doch gesagt, wer ist der Banner. Die GC-Fans-Polik. Die GC-Fans-Polik. Die GC-Fans-Polik. Die GC-Fans-Polik. Das war, glaube ich, Tanto durch den Bannen von vorhin. Ich finde mich immer noch gut auf beiden Seiten. Momentan passiert wirklich nicht viel im Spiel. Aber es kann auf beiden Seiten kippen. Das ist genau das Gefährliche. Offizielle Zuschauerzeit. Der Grasso-Funk zurück nach dem heutigen späten Tag bei 19'326. Zuschauerinnen und Zuschauer. 19'000 Zuschauer, doch besser, als ich am Anfang gedacht habe. Naja, 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 Naja. Es passiert gar nicht viel in diesem Spiel, aber jetzt geht es weiter. Was für eine Chance! Jetzt der FCZ! Oh, was für eine Chance! Immer noch da! Aussen nichts wieder. Jetzt ist ja ganz lange nichts passiert im Spiel und jetzt plötzlich eine riesige Chance für GZ und nachher für FCZ. Jetzt geht es noch einmal ab. Jetzt kommt wieder der GZ. Gefährlich! 1-1! Ein bisschen für den FCZ. Aber ich habe es gesagt, wenn das Goal kommt, das geht nicht, der FCZ kann nicht mehr salieren. 2-7 ist die Spielminute! Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Fünfte Grasovakampzini! Zukunft! ...Kunft. Wir wechseln beim FCZ, rausserunterspielen. Aber ich habe es ein wenig gespürt, dass das Goal kommt. Eine harte Stimmung bei den Opens. Schon wieder eine Chance vergeht. So weit geht es noch nicht weiter. Jetzt wieder eine FCZ-Tour. Was für eine Chance. Die FCZ-Tour. Jetzt wieder ein wenig Druck. Was für eine Chance. Kurz vor Schluss. Fast noch das FCZ-Tour. Aber... Und ich glaube es einfach nicht. Aussen nichts geht es. Schaut euch das an. Was für eine Frustration für das FCZ-Tour. Und die Eskalation im FCZ-Tour. Ich glaube es einfach nicht. Aber ich habe es voraus gesagt. Und jetzt eine Eskalation auf dem Spielfall. Ja... Die Frustration ist gross bei den Zürchern natürlich. Verständlich. Und das Spiel ist vorbei. Das Schlussetat von heutigen Spielen. Ja natürlich. Riesenfreude bei den GZ-Fans. Jetzt feiern sie mit den Spielen. Das Spiel macht dir. Ja natürlich. Ja tatsächlich. Ich bin mir jetzt gut hier rein. Ja ist der Hand. Ja Jay 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 Ich bin mir da. Ja ich bin mir da. Ja ich bin mir da. Ja, ich bin mir da. Ja ich bin mir da. Ja ich bin da. Ja ich bin da. Ja, Endresultat. 2-1 für GZ. Was für eine bittere Niederlage für den FC Zürich. Aus GZ ist natürlich ein Traum. Wieder mal in den 95. Minuten. Es ist schon immer so. Ich weiss nicht, wie viele Mal ich das schon erlebt habe, dass GZ in den 95. Minuten noch das Goal erzielt. Sie haben es wieder gemacht. Ich habe es ein bisschen vorgeahnt. Leider habe ich das Goal nicht auf die Kamera. Es war wirklich unerwartet. Ich hatte wirklich das Gefühl, das Spiel ist vorbei. Und dann plötzlich sehe ich einfach den GZ-Spieler vorne dran schiebt und einfach rein. 2-1. Ja, bitter. Aber ich meine, sie verdienen es nicht wirklich. Aber der FCZ hat viel besser gespielt in der ersten Halbzeit. Und dann haben sie völlig nachgelassen in der zweiten. Und darum ist ja klar, dass GZ ihre Chancen nutzt. Es ist Sterbe. Und ja, aus dieser Sicht. Gratulation. Wichtiger Sieg für GZ. Und eine bittere Niederlage für uns natürlich. Ja, was kann ich zu der Stimmung sagen? Natürlich wie immer bei dem Zürcher. Da bin ich richtig geil. Weil die Fan-Kurve am Vollgas geben. Am Anfang richtig geiles Intro der FCZ-Fans mit dem blauen Rauch. Und nachher in der zweiten Halbzeit super geile Pyro-Show von den GZ-Fans mit Feuerwerk. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn die Zürcher mehr sind und natürlich ein bisschen Leute gewesen sind. Auf der Tribüne, jetzt optisch gesehen. Die Pyro-Show war halt einfach, man muss in der Ladisch geiler sein. In der Südkurve gab es nicht so eine fette Pyro-Show, wie es sonst immer gibt. Aber es hat trotzdem recht viel Pyro gegeben. Also man kann auch hier nichts motzen. Insgesamt ein gutes Spiel. Bittes Resultat für Zürich, wie gesagt. Aber wir werden wieder zurückkommen. Ich bin mir sicher. Ja, und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Jedenfalls, wenn es so war, bitte abonniert den Kanal. Liked, kommentiert. Wer ist best für FZ oder GZ? Welche Kurve ist die geiler? Kommentiert das alles hier unten. Und ja, dann jedenfalls bis zum nächsten Mal.